so leute da sind wir beim nächsten booster wir haben zandikas erneuerung themenbooster draft booster ja draft booster damals als draft noch ein ding war wir haben ruf des blutes ein mana hexerei wir bringen eine kreativkarte aus dem friedhofzug auf die hand falls die bonuskosten bezahlt werden von drei oder wurden von drei dann bringt man schlisten zwei kreaturen karten aus dem friedhof zu hand nicht schlecht furchtlose einigkeit zwar meiner spontanz aber auch wieder mit bonus kreaturen kriegen bloß 1 bis 1 falls man bonuskosten bezahlt er bloß 2 bis 1 nicht so die beste karte kleriker der eiskalten tiefen zwei meiner 1 3 wenn er ins spielfeld kommt ne wenn er eine kreatur blockt enthabt sie nicht während des nächsten entabsegment frost zauber sehr cool quellende stimme zwar meine extra rei man wirft als zusätzliche kosten um diese karte zu spielen eine handkarte ab und zieht dann zwei karten gebrochene flügel man zerstört eine adefakt verzauberung oder eine fliegende kreatur für drei mana uff wir haben früher plummet gespielt für drei mana destroy target flying creature oder was für zwei mana ich bin nicht ganz sicher schlammführst von guldras ich finde das schön dass immer noch guldras ein ding drei mana 2 3 und wenn er stirbt lege eine plus 1 bis 1 mark auf eine kreatur die du kontrollierst nicht schlecht drei mana 1 4 tajuru schlingenwerfer das artworks cool hagar boa drei mana 00 kommt mit zwei plus 1 bis 1 mark spielt jeder kreatur mit einer mit mindestens einer plus 1 bis 1 mark bedrohlich ui da ist mir gerade ein licht ausgegangen steht hier licht ausgegangen wir machen das noch weiter und dann tausche ich noch die kamera ausbruch der turbulenzen zwei mann extra rei und fügt dem ziel drei schadens punkte zu wenn ihr fünf mana bonus koste bezahlt das sind fünf schaden makindy ochse fünf mana 4 4 mit landung immer wenn ein land und eure tolle ins spiel kommt könnt ihr eine kreatur die an jeden tag kontrolliert tappen sehr cool mehr folge windräuber der wurde damals im ub rogues gespielt ein mana 1 1 fliegend immer wenn der mit einer kampfschaden zufügt mild der spieler eine karte und man kann den opfern eine karte zu ziehen kann man nur machen wenn der geht eine acht oder mehr karten prüge wird frühlings mantel klerikerin fünf mana zwei drei wenn die kommt für jede unterschiedliche mana die ausgegeben wurde mit einer zusätzlichen bis 1 zu 1 mark gespielt das heißt die kann theoretisch sieben acht sein malak hier wieder geburt ein mann spontan zauber bestimme eine kreatur aus deiner wahl du verlierst zwei lebenspunkte und wenn diese kreatur in diesem zug stirbt bringe sie getappt wieder unter dank trauen spiel auf der anderen seite ist das ding ein land kommt getapptes spiel teuken schwarzes und uo jay ist der spiegel magier drei mana vier marken mit bonuskosten von zwei wenn man die bonuskosten bezahlt kriegt man den zweiten davon denn nicht länger der ist und der noch nur ein loyalität hat aber plus zwei ist hell sich zwei also scry 2 sehr sehr stark und für null ziehen wir eine karte zeigen sie offen vor und entfernen so viele loyalitätsmarken von dem was sehr cool ist wenn wir halt zwei davon haben können wir mit dem eins cryen und dann mit dem hier die null effekt machen um dann weniger schaden zu bekommen oder so dann haben wir ein gebirge und eben die wunderschöne checkkarte mit einem magic bag und ja soviel dazu ich hoffe ihr hattet spaß ihr habt einen wunderschönen tag wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin neue blexit tschau tschau